Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sind kurz vor Silvester, noch nicht so richtig, es ist der 30. Dezember und am 30. Dezember haben wir ein Geburtstagskind. Ja, und das Geburtstagskind ist wer? Titus Flavius Vespasar. Vespasianus. Das ist ein römischer Kaiser. Ja, das ist ein römischer Kaiser, der ist auch schon ein paar Ährchen tot, aber er hatte Geburtstag und... Wann ist er geboren? Am 30. Dezember. Ja, welches Jahr? Achso, ja, im Jahr 39. 39? Nach Christus natürlich. Ja, nach Christus und... Hier so ein Kanisterkopf war er ja, laut dieser Statue. Ja, also er hat nur 41 Mal Geburtstag feiern können. Aber das war zu der Zeit richtig anständig, er muss richtig gut gelebt haben, muss ich sagen. Ja, Respekt und Anerkennung. Aber jener hier, das ist der Ex-Diktator Saddam Hussein, der ist am 30. Dezember, wurde ihm der Prozess gemacht und wurde am 30. Dezember hingerichtet. Oh, direkt an dem Tag? Naja, nicht, der Prozess war vorher, aber an dem 30. Dezember wurde er hingerichtet. Das ist am 30. Dezember 2006 passiert. 1947 hingegen ist auch was passiert. Und zwar Rumänien... Das ist da hinten raus, ja. ...wird nach dem Rücktritt von dieser Person hier, also hinter mir, nicht neben mir, König Michaels, dem Ersten, zur Volksrepublik. Das war denkwürdig und... Also keine Monarchie mehr? Nein. Und alle Rumänen freuen sich heute noch. Und in welchem Jahr war das? 1947. 1947, okay. Also relativ spät. Ja. Und am 30. Dezember ist ein Film herausgekommen, 1999. Und ich bin mal gespannt, ob der Till diesen Film schon gesehen hat. The Six... 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 Sends. Sends. Das Sext ist Sinn. Ja. Six... Six... Sends. Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Hey! Ich kann tote Menschen sehen. Ja, und... Ähm... Ich habe ihn damals gesehen und, ähm... Haben nach den ersten paar Minuten, wo er dann... angeschossen wird, ähm... Habe ich dann quasi direkt, äh... Gesagt so, der ist sicher tot. So ein Verräter bist du. So Leute im Kino, die ich leiden kann. Wo der ganze Film dann im Arsch ist im Prinzip. Und du denkst, ja stimmt, kann sein. Oh, fuck. Ja, tut mir leid. Seit dem Film hat sich ja bei mir der Spruch eingebürgert, ich kann dumme Menschen sehen. Ah. Ja. Kann ich auch. Morgens im Spiegel. Da auch. Aber auch woanders. Ja. The Six... Sends. Das ist am 30. Dezember, äh, 1999 gewesen. Da ist der, ähm, deutsche Kinostart, und guck mal, der deutsche, äh, Kinostart Deutschland, äh, gewesen. Am 30. Dezember haben wir jetzt ganz viel gelernt. Richtig. Kurz vor der Jahreswende, ja, König Michael von Rumänien, äh, Saddam Hussein ist hingerichtet worden, äh, äh, Sixth Sense. Und der Kaiser Titus. Und der Kaiser Titus ist, äh, auch noch, ähm, hat sich auch noch gejährt. Ja, also. Geboren, ja. Sein Geburtstag hat sich gejährt. Wie sagt man dazu? Ist doch egal! Ehrlich. Was machst du denn so kompliziert, sag ich dann immer an der Stelle, zu mir selbst. Eben. Ja. Ja. Das war, das war, Shoki bei Noki Daily, seine tagesloses Angeberwissen. Äh, Wir sehen uns morgen wieder am 31. Dezember und, äh, bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Holl chicken lasst. ganze Schwiegermeister信. Vielen Dank.